Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Markus Baulig hier von adreasbaulig.de und ich sitze hier mit dem Wladimir Simonov, ein sehr, sehr geiler Typ. Er ist, sage ich mal, der meistgehasste, aber auch der meistgeliebte Berater für Finanzdienstleister, den es so in Deutschland gibt. Und der eine oder andere kennt ihn wahrscheinlich noch von unserem anderen Video, das wir schon mit ihm gedreht haben, als er nämlich seinen Golden Award bekommen hat für seinen ersten sechsjährigen Monatsumsatz. Wann war das nochmal? November, schätze ich. November 2018, ja. November 2018. Und ja, er hat dieses Level gehalten. Nach wie vor sechsstellige Monatsumsätze gemacht. Und da können wir ein bisschen drüber reden, wie hat sich das Ganze bei dir jetzt entwickelt? Wie hast du weitergemacht? Was für Probleme sind so aufgetreten für die Leute, dass sie mal sehen, okay, einmal sechsstellige Monatsumsätze zu machen, supergeil, alles schön und gut, aber es geht auch weiter. Ja, ist eigentlich gar nicht so schwer. Sechstellige Monatsumsätze zu machen, das war die Erkenntnis, ist eigentlich gar nicht schwer. Aber die Herausforderung ist eigentlich dann, die Ergebnisse zu bringen und mit der Zeit natürlich auch die Umsätze zu halten. Weil die meisten, das nehme ich auch oder sehe ich aktuell bei meinen Kunden auch, die meisten, die einmal so ein hohes Level plötzlich erreichen, die stürzen dann noch ab. Ja. Woher kommt dieser Effekt? Was meinst du? Ja, wir haben das auch beobachtet, heißt, wir haben das bei unseren Klienten gesehen, also die ersten, die da sechsstellige Monatsumsätze gemacht haben, haben die gemacht. Und es ist natürlich erstmal ein sehr, sehr komisches Gefühl, wenn du jemand bist und du arbeitest schon Jahre als Selbstständiger, machst so deine 20, 30, 40.000 Euro im Monat. Und denkst dir mal, okay, es ist so ein unmögliches Ziel, da hinzukommen. Du versuchst das jahrelang und schaffst das nicht. Und dann kaufst du einfach bei so zwei Brüdern, wo du denkst erstmal, was sind das für die Typen, was labern die da auf YouTube für ein Zeug? Oh, sind die arrogant und so weiter und so fort. Das ist also der Eindruck, den viele haben von uns. Das machen wir auch mit Absicht, weil wir polarisieren wollen. Also wenn du das denkst, herzlichen Glückwunsch, du machst genau das, was wir tun. Für die Aussage magst du wahrscheinlich jetzt doch weniger. Aber du machst es dann, setzt es um und auf einmal machst du sechsstellige Monatsumsätze. Ist im ersten Moment so einfach krass, weil du denkst, okay, ich habe jahrelang gebraucht, da hinzukommen. Da mache ich ein paar Steps, teurer verkaufen, mein Angebot anders formulieren, meinen klaren Verkaufsprozess implementieren, Anfragen generieren. Und zack, auf einmal machst du mehr Umsatz, als du je zuvor gemacht hast. Obwohl du das jahrelang versucht hast, da hinzukommen. Das muss erst mal in deinen Kopf reingehen. Das kriegen die meisten schon nicht hin. Die kriegen dieses rapide Wachstum, was plötzlich kommt, gar nicht so konkret verarbeitet. Das ist der erste Punkt. Man muss ja selbst wachsen. Man muss ja selbst größer werden, damit man größere Summen überhaupt verarbeiten kann im Kopf, glaube ich. Ja, genau. Und das ist das Problem. Wir haben es früher gesehen, bei unseren ersten Klienten, die das gemacht haben. Dass sie dann halt danach erst mal wieder ein bisschen runtergebrochen sind. Ja, auf das Level, was wir vorher hatten. Weil sie es einfach nicht verarbeitet bekommen haben im Kopf her. Haben wir natürlich dann in unserem Programm entsprechend eingebaut. Als du das gerade erreicht hast, haben wir dir auch gesagt. Jetzt musst du halt schnell die Struktur aufbauen. Weil, wenn du nicht die Struktur nachziehst, die dieses Level halten kann, dann wirst du das Level halt nicht halten. Das ist das Problem. Du kommst quasi, es ist wie so, du rampst einmal den Umsatz hoch, machst einen Umsatzsprung. Und dann musst du schnell die Struktur bauen, dass das Ganze dann wieder so hält. Das ist eigentlich die Vorgehensweise, wenn man irgendwie so einen Umsatzsprung ganz schnell macht. Ja. Du kommst hin und jetzt musst du alles daran tun, das zu festigen, dafür zu sorgen, so eine stabile Burg aufzubauen, die das Ganze hält, das ganze Konstrukt. Und legst da los. Und das hast du ja auch gemacht. Ja, wir haben das ja bei euch im Coaching gesehen, wir haben das bei uns im Coaching gesehen. Es gibt ja eigentlich zwei Wege. Stetig mit so kleinen Sprüngen nach oben gehen oder halt sofort fett und dann ein bisschen nach unten und dann halt wieder weiter stetig nach oben im Endeffekt. Also keine Ahnung, woran das liegt, aber die Results haben wir auch. Also die Ergebnisse im Endeffekt. Und ja, ich musste dann natürlich, nachdem ich, ich habe ja den goldenen Handschlag im ersten Monat vom Coaching quasi erzielt, wo ich bei euch war, ich habe quasi gebucht. Und sofort in den ersten vier Wochen nach dem Buchen, einfach durch, sage ich mal, diesen Mindset-Shift, dass ich so viel Geld investiert habe, habe ich einfach das Bewusstsein selber gehabt, dass mein Coaching viel mehr wert ist. Und deswegen habe ich halt natürlich auch viel mehr abverlangt mit einer gewissen Sicherheit, sage ich mal, ja. Ja. Und deswegen konnte ich auch dann sechsstellig sofort gehen, ja. So, vorher hat einfach so der Kopf gesagt, ja, mein Gott, was kann man da schon verlangen? Ja, 500 Euro, 1000 Euro, was auch immer, ne. Aber wenn man sich den Wert vorstellt, den die Leute dadurch haben, ja, ist ja scheißegal, was man verlangt. Du hast quasi massiv die Preise erstmal erhöht. Ich hatte vorher gar keine Preise. Also ich hatte vorher eine Vorstellung, was Preise sein könnten, aber dadurch, dass man selber auch früher nicht so viel investiert hat, ja. Weil, ich sage mal so, die meisten Teilnehmer bei euch sind auch Erstkäufer von Coachings wahrscheinlich, ne. Also die zum ersten Mal massiv in sich selbst investieren. Ja, eigentlich schon, ja. Ja, bei mir im Markt, bei mir im Markt ist genau das Gleiche. Bei mir im Markt ist halt eben so, dass Fortbildungen und Vertriebsveranstaltungen, Workshops, wird alles von Versicherungen organisiert. Ja. Und die bezahlen das einfach. Also du kannst da kostenlos teilnehmen, bis du blau und grün wirst. Das verstehen aber die Leute nicht, dass sie dadurch nicht vorankommen. Weil du kannst nicht gratis Content oder durch einen gratis Workshop kommst du nicht weiter nachhaltig, weil es uns einfach nichts kostet. Also es ist ja auch das, was die Masse macht, ja. Genau. Die Masse, es gibt ja, was hast du eben gesagt, das ist durchschnittliche Verdienstvolle, Finanzdienstleistung. Das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, dazu wollte ich später kommen. Also es gibt Untersuchungen im Markt, Umfragen und so weiter und so fort, Statistiken von Banken, Bonitizlevel und so weiter. Die meisten im Versicherungsmarkt, Vermittlermarkt, Finanzdienstleistermarkt, über die Hälfte der Leute macht weniger als 50.000 Umsatz im Jahr. 50.000 Umsatz ohne Gewinn. Ja genau, das sind diejenigen, die auf diese Seminare gehen und wenn du den selben Weg gehst, wie die gehen, wirst du die gleichen Ergebnisse bekommen, die diese Leute eben haben. Nämlich im Prinzip, ja, du hast dann einen Umsatz, der Umsatz, 50.000 Euro als Selbstständiger, ja, musst dann versteuern und so weiter, bleibt im Grunde fast nichts übrig. Da bist du als Arbeitnehmer in irgendeiner Firma, stehst du besser da als so jemand. Das Blöde ist, die Finanzberater, die Finanzdienstleister, die wissen jetzt ja eigentlich, die können das ja selber ausrechnen. Und das ist der Fluch im Endeffekt. Ich weiß, mit dem Einkommen, mit dem Gewinn, mit dem Umsatz komme ich nicht auf einen grünen Zweig, weil ich keine Altersvorsorge machen kann, ich kann meine private Krankenversicherung nicht richtig bedienen, ich habe kein Geld für Urlaub, für Kinder, für Frau, für ein zweites Auto, was auch immer. Und die wissen das, die können das ganz genau ausrechnen, weil die sind fachlich häufig gut genug, um das zu erkennen, die können es aber nicht ändern. Das bedeutet, ich bin in so einem Thema gefangen, dass ich sage, okay, also ich weiß, dass ich eigentlich nicht überlebensfähig bin, wenn man das mathematisch sieht, aber ich verdränge es so lange, bis ich das einfach vergesse, so mehr oder weniger. Also das ist richtig krass. Das machen viele, also sehr, sehr viele selbstständige Unternehmer machen das, dass sie versuchen zu verdrängen, ihre eigene Ist-Situation zu erfassen. Die gucken nicht auf ihr Konto, weil sie Angst haben, die Zahl zu lesen, die da steht, zu sehen, dass sie im Grunde keine Rücklagen haben, nicht investieren können und so weiter und so fort, weil sie haben Angst, darauf zu schauen. Dabei ist genau das Gegenteil notwendig. In dem Moment, wo du dich auf das Geld fokussierst und sagst, okay, ich will jetzt versorgen, dass dieses Konto auch steigt. Und wie mache ich das? Indem ich Kunden Mehrwert liefere, indem ich meine Dienstleistungen anbiete oder eben indem ich die Versicherungen verkaufe an die Kunden, also für deine Kunden zum Beispiel? Oder zum Beispiel höher verkaufe. Bei mir im Markt ist ja auch so, wir können jetzt nicht die Preise selbst gestalten von den Versicherungen, was aber auch nicht notwendig ist. Aber meine Kollegin, ich war ja selbst über zehn Jahre, also ich war jetzt aktiv, 13 Jahre Versicherungsmakler. Also ich komme selbst aus dieser Finanzdienstleistungsberatung und die meisten, die kriegen das nicht hin, dem Kunden den Bedarf richtig aufzuzeigen. Guck mal, Markus, du willst im Alter gut leben. Wie viel brauchst du dafür, Markus? Keine Ahnung, 2000 Euro. Okay. Wie ist es die Rente? Du bekommst nur 1000 Euro. Das ist scheiße. Du musst jetzt 1000 Euro Rente irgendwo herbekommen, also musst du im Monat 300, 400, 500 Euro sparen. So, und die trauen sich nichts, dem Kunden ins Gesicht zu sagen und verdienen nichts, weil der Kunde seinen Bedarf gar nicht kennt, erkennt und gar nicht kaufen kann und verkauft so einen 50-Euro-Risa-Vertrag. Da verdient der Vermittler nichts und der Kunde wird sein Problem nicht los, weil er keine 1000 Euro zusätzliche Rente aufbauen kann. Und rutscht dann eventuell in Altersarmut und kommt nicht auf einen grünen Zweig. Also die lösen ihr Problem nicht und das Problem des Kunden lösen die einfach auch nicht. Und damit verdient halt niemand Geld und der Kunde ist unzufrieden unterm Strich, weil wenn jetzt so ein Berater wie ich kommt und sagt, hey, das löst dein Problem nicht, du musst es anders oder höher machen, dann wird der Kunde mit deiner Beratung von einem Jahr nicht mehr zufrieden sein, weil du hast dein Problem nicht gelöst. Das ist das Lustige, denn bei dir würde er dann mehr zahlen und er macht dann trotzdem Storno bei dem vorherigen, der irgendwas Billiges dann gemacht hat mit der Hoffnung, so 5 Jahre Storno haben. Wenigstens etwas verkauft zu haben. Wenigstens etwas verkauft. Gut, ich will jetzt nicht so tief in das Thema Versicherung reingehen, das ist nicht für unseren Coaching-Zuschauer hier so spannend. Wie viele Mitarbeiter hattest du vorher für diese Beratung, die du machst und wie viele hast du jetzt aktuell? Ich muss ja sagen, ich habe ja vorher angefangen mit so digitalen Kursen, habe aber relativ schnell festgestellt, es gibt keine Ergebnisse, weil die Leute das nicht umsetzen. Es ist einfach viel zu günstig und Selbststudium. Mein Gott, man kauft sich ein Buch, man kauft sich so einen digitalen Kurs, sagt, ja, gutes Gewissen habe ich gelöst, für mehr oder weniger, aber die setzen sich um. Die haben ja teilweise, das ist sehr spannend, ich habe ja guten Geschäftspartnern und Freunden, habe ich an meine Kurse geschenkt und gesagt, mach das. Haben die nicht gemacht. Richtig dumm, ne? Du schenkst jemandem etwas, den wir hat von einer Million eigentlich, und er sagt, danke, die nehme ich nicht an. Richtig dumm. Es ist Fakt, also du kannst Leuten nichts mit Gewalt geben, du kannst ihnen höchstens was mit Gewalt nehmen. Ich kann, ich sage auch immer, ey, dieser ganze Tauschhandel, Bullshit, komm, ich mache das für dich, du machst das für mich, das ist alles Quatsch meiner Meinung nach. Und jeder, der mit solchen Sachen in die Ecke kommt, der ist für mich, der hat irgendwas unternehmerisch noch nicht ganz verstanden. Es ist vollkommen, vollkommen in Ordnung, Leute, für ihre Hinzeiten zu bezahlen, auch wenn es teuer ist, und dann irgendwann später denen halt was anzubieten, dann kaufen sie halt mal was bei dir. Aber dieses, ey, komm, ich mache dir mal das jetzt hier, oder ich coache dir zu, und dafür bekommst du dann irgendwie ein Logo von mir, oder so ein Quatsch. Also wenn du es hier zuschaust, auf sowas würde ich mich halt nicht einlassen, mache ich persönlich auch nicht. Weil wo fängt das an und hört das auf? Wie ist wem dann was schuldig? Genau. Was ist Mehrwert? Genau. Vor allem, wenn du Coaching anbietest, wenn du jemandem Tipps geben willst, der muss dafür bezahlen, der muss ein finanzielles Commitment eingeben, ein Commitment erfordert Zeit, Geld oder Energie. Idealerweise alles drei, im Coaching zum Beispiel, musst du Zeit aufwenden, um es zu machen, du musst Energie aufwenden, um die Sache umzusetzen, und du musst Geld ausgeben, um das Coaching überhaupt kaufen zu können und machen zu können. Wenn du alles drei hast, hast du ein richtig solides Commitment, ein richtig solides Commitment. Das ist genau dasselbe, wie wenn du einen Arbeitnehmer einstellst. Du verlangst von ihm Zeit, er verlangt von dir natürlich Geld dafür und er gibt aber dafür auch die Energie. Also er opfert seine Zeit, er verlangt Geld von dir und gibt Energie. Diese drei Parts zusammen in irgendeiner Art von Weise, von was Unternehmerischem tun, also auch immer dafür, dass ein stärkeres Commitment herrscht. Und beim Coaching ist es ja auch so, die müssen das ja wollen, sich zu verändern, weil mit dem, was sie bisher getan haben, haben sie ja die Ergebnisse bekommen, die sie jetzt haben. Das heißt, wenn jemand 50.000 im Jahr hat, dann hat er bisher halt eben genau das getan, um die 50.000 zu bekommen. Wenn jetzt jemand aber sagt, ich möchte mich ändern und er das wirklich erst meint und Geld investiert und wirklich was tut dafür, dann bekommt er auch andere Ergebnisse. Ich habe ganz viele Teilnehmer im Coaching, habt ihr ja auch. Ich bin ja zum Beispiel so ein Teilnehmer, ich habe von eurem ganzen Know-how und Wissen vielleicht 10% umgesetzt. Wirklich, also wirklich, wörtlich nur maximal 10%. Du kannst bei mir in dem Online-Kurs zum Beispiel nachschauen, ihr habt vielleicht 10% die Videos überhaupt angeschaut, wenn überhaupt. Aber ich bin zum Beispiel bei euch und ich habe ja selber Leute bei mir im Coaching, die eigentlich nichts davon umsetzt, wenn ich sage, vielleicht Mindset-Thema, 5 oder 10% nehmen die auf und verdoppeln ihre Umsätze. Einfach so, über Nacht. Ja. Einfach nur durch Fokus und durch den Willen, sich selbst zu ändern im Endeffekt. Ja. So, richtig, richtig krass. Und hätte ich vorher auch nicht gedacht, dass es so wie ein Placebo mehr oder weniger wirkt, einfach indem man investiert und etwas kauft, was einem wehtut und wo man einfach den Wunsch hat, etwas zu verändern im Endeffekt. Ja. Und durch so einen Fokus bekommt. Und, aber zu einer Frage im Endeffekt, ja, ich bin ja mit diesen digitalen Kursen gestartet, hat nicht funktioniert im Sinne von Ergebnissen. Ich habe damit schon gute Ergebnisse erzielt, weil ich habe da auch 5-stelligen Monat verdient im Endeffekt mit diesen digitalen Kursen. Es ist ja auch relativ easy im Endeffekt, weil es kostet irgendwie 100, 150, 200, 400 Euro, vollkommen scheißegal und davon kannst du jeden Monat immer 100, 200, 500 Stück verkaufen. Scheißegal, ne? Ist auch ein skalierfähiges Modell eigentlich, ne? Ja, ja, klar. Aber bis zu einem bestimmten Punkt, weil wenn die Leute keine Ergebnisse haben, kannst du keine Testimonien haben und deswegen kaufen weitere Leute ja das Zeug nicht. So, der Druck fehlt im Endeffekt. Und irgendwann hast du ja die Kaufwütigen abgegrast und der Rest... Nein, nein, das ist auch nicht ganz 100% korrekt, weil du hast ja auch die ersten Kunden gewonnen ohne Testimonien. Stimmt. Aber das Ding ist, du selber, es macht dir einfach keinen Spaß, was zu verkaufen, was Menschen nicht hilft. Richtig, ganz genau das. Und diese Unlust, wirklich Unlust, sorgt aber auch dafür, dass du dich unterbewusst selber sabotierst. Ja. Und das führt dazu, dass dann auch deine Ads nicht mehr funktionieren, das führt dazu, dass dann die Leute nicht mehr kaufen und so weiter und so fort. Plus, wenn es wirklich ein Programm ist, wo dann Leute sagen, ja, ich habe das gerade gekauft und habe dich umgesetzt, das spricht sich halt auch rum. Man darf niemals unterschätzen, auch dieses Mund-zu-Mund ist immer noch einer der wichtigsten Business-Faktoren, die es gibt, ja. Wenn du irgendwo bist in Deutschland und da sind drei Coaches am Abendessen zusammen, dann kommt zwangsläufig irgendwann das Thema Bauligs auf, ja. Das ist zumindest, dass ich zurückgemeldet bekomme von unseren Kunden oder Leuten, die nicht unsere Kunden sind, ja. Oder die sagen, hey, man spricht über euch, über irgendwas, ja, hast du das gesehen, wie der Dress das gemacht hat oder hast du das Video gesehen? Oder die Bauligs sagen, das ist so, ja, dann fangen die an zu diskutieren. Das sorgt dafür, dass natürlich der Name wieder bekannter wird, neue Leute aufmerksam werden, die kommen auf uns drauf. In irgendeiner Art und Weise gucken sich YouTube an, gucken sich einen Podcast an, gucken sich die Webseite an, tragen sich dann vielleicht nach vier Monaten ein. Aber es ist entstanden, weil Leute darüber sprechen. So, und das muss man immer dafür sorgen, dass man halt eine geile Dienstleistung hat. Wenn du ein geiles Angebot hast, was zu guten Gewissens verkaufen kannst und Menschen richtig weiterhilft und diese Menschen das auch selber wahrnehmen, dass sie da richtig im Ernst hilft, das ist auch ein wichtiger Faktor. Es geht nicht nur darum, dass dein Programm gut ist, sondern die Leute müssen auch selber merken, dass das was verändert. Ja. Weil wenn sie nicht selber merken, dass das was verändert, dann werden sie auch nicht darüber sprechen, ja. In dem Moment, wo sie darüber sprechen, ist das wie so ein Schneeball, der sich so langsam aufbaut und immer größer und größer und größer wird. Ja, weil wir über das Thema kommen wollten wir ein bisschen später, aber grundsätzlich hast du ja vollkommen recht und wie gesagt, die Ergebnisse sind das beste Mundpropaganda-Mittel. Du hast ja auch eben, wir waren eben bei uns im neuen Büro, da hast du ja auch gesagt, du hast es auch so gemerkt, wie so ein Tipping-Point-mäßig, so bei 120 Kunden hast du gemerkt, dass erst mal die Leute, okay, ich kaufe jetzt beim Vladimir, also ihr müsst wissen, der Vladimir, der macht auf Facebook immer gute Posts, die viel Engagement erzeugen, heißt, da wird viel diskutiert, wenn er was schreibt. Weil dann, der, du hast, der Vladimir ist immer ziemlich der Einzige auf Facebook, der schafft, mich dazu zu bringen, auf seine Posts zu reagieren. Wenn er irgendwas in seiner Timeline postet, wo man dann einfach, die Leute fangen an zu diskutieren, 40, 80, 100 Kommentare manchmal, wenn er was geschrieben hat. Das ist wirklich sehr, sehr gut drin, könnt ihr euch mal anschauen, wie ihr das macht. Mega geil, also einfach auf Vladimir Simonhoff bei Facebook eingehen, da könnt ihr euch das ansehen. Die Leute fangen einfach an zu reden und am Anfang hast du gesagt, war es so, okay, die haben bei dir gekauft, da wollten die Leute erstmal nicht so sagen, ja, ich habe jetzt investiert in mich. Das Problem, die Herausforderung ist jetzt die, ich habe jetzt dann nach diesen digitalen Produkten immer auf Coaching umgestellt und das Angebot wurde sehr, sehr gut angenommen, weil ich bin ja sofort im ersten Monat nach vier Wochen, ohne mir ein Verkaufsvideo oder irgendwas von dir angeschaut zu haben, bin ich sofort sechsstellig gegangen, sechsstelligen Monat. Und ich hatte noch nie in meinem Leben einen sechsstelligen Monat und es war für mich auch außerhalb meiner Forschungskraft sowas zu haben eigentlich früher. Jetzt ist es auch gefühlt. Also, wie ein Tunnel eigentlich, weil ich habe den ganzen Tag, ich hatte ja keine Mitarbeiter und dazu kommen wir gleich zum Struggle. Also, ich hatte ja keine Mitarbeiter, ich hatte keinen Prozess, das heißt, ich habe den ganzen Tag einfach nur telefoniert und ich war einfach in so einem Tunnel und ich telefoniert, aufgeschrieben, was hat er gesagt, qualifiziert, telefoniert, abgeschlossen, Rechnung beschrieben, telefoniert, Rechnung beschrieben, Storno, ja, hey, nein, abgewendet, wieder Rechnung beschrieben. Den ganzen Tag wie im Tunnel, wie im Tunnel, so wirklich zwölf, vierzehn Stunden am Tag. Ja, so und das hält man auch auf Dauer nicht durch. Nee, das ist... Das hält man nicht durch. Weil... Das geht zeitweise, also zeitweise kann man das machen. Genau. Und das ist genau dieser Zeitpunkt, wo du Umsatzsprung machst, wo du dann denkst, Alter, ich bin nur noch am Arbeiten. Ja. Ich habe gerade nichts anderes zu tun und dann brauchst du die Struktur und auf einmal ist alles wieder entspannt. Mega. So, und dann habe ich natürlich danach relativ schnell angefangen, Mitarbeiter aufzubauen. Ich habe mir als allererstes jemanden geholt, der mir hilft bei der Beratung, bei den Closings im Endeffekt. Der hat am Anfang für mich dann qualifiziert. Dann hatte ich schon die halbe Arbeit, weil ich musste nicht mit den Leuten sprechen, die kein Geld haben oder keinen Bock mit mir zu arbeiten. Oder einfach nur irgendwelche Idioten, die einfach nur Preis wissen wollten oder was auch immer. Er hat die schon mal rausgekickt, dann hatte ich nur noch die Hälfte der Zeit im Endeffekt. Und konnte aber genau die gleichen Umsätze unterm Strich machen, weil die richtigen Kandidaten wären ja nicht mehr oder weniger. Also du vertreibst einfach nur mit den falschen Leuten einfach halt mega viel Zeit, weil die, keine Ahnung, ja. Manche machen einfach so aus Lipps und Döllerei, weil die wissen wollen, was macht man jetzt? Wollen mit dir so telefonieren? Einfach so Kaffeekränzchen mäßig, aber am Telefon so mehr oder weniger. Finde ich nett, aber ist nicht mein Business. Ich bin ja kein Kaffee. Und er hat mir jetzt eine Qualifizierung abgenommen. Dann habe ich noch jemanden eingestellt, der dann auch qualifiziert. Habe dann den ersten zum Closer ausgebildet. Und er hat jetzt geschafft im Endeffekt im Juli, also quasi ein halbes Jahr später jetzt zum ersten Mal für mich 100.000 Monate zu closen. Und du hast nichts selber, keine Gespräche selber. Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich an, wie wenn man einen digitalen Kurs hat, aber einfach der King ist. Also wenn man Infoprodukte gemacht hätte, aber in der Version, wo deine Kunden happy sind, wo du happy bist, wo alle happy sind. Weil das System läuft einfach wie ein Schweizer Uhrwerk. Der Lead kommt rein, qualifiziert, wird beraten. Die richtigen Leute kommen in das Programm rein. Die schlechten, die falschen Leute werden aussortiert. Und es ist ja nicht so, dass wir da irgendwie, keine Ahnung, mutwillig böse sind. Sondern einfach, manche sind einfach nicht geeignet. Ja, genau. Weil die nicht investieren können, nicht investieren wollen. Weil die einfach sich selbst nicht ändern wollen. Weil in mir drin hat sich ja auch alles gesträubt. Ich habe dir ja in Lanz hat erzählt, bei der Vertriebsunversive. Ich musste ja mein Ego töten, um bei dir zu buchen. Ja, genau. Ich musste mein Ego töten, um dir bei Baulig zu buchen, weil ich dachte schon vorher, ich bin der Geilste. Ja, ja. Das denkt auf jeder, ne? Du denkst ja auch, du bist der Geilste, bis jemand kommt und dich einfach auf den Boden und Tatsachen zurückholt. Und du merkst, scheiße, muss vielleicht etwas ändern, ne? Ja. Und jeder, der draußen das Video anschaut, inklusive Hendrik den Hater, denkt wahrscheinlich als der Geilste. Und stellt sich aber damit halt selber im Weg, ne? So, weil er sich einfach nicht eingestehen kann, ja? Ja, dass das so, wie er aktuell ist, ja? Vielleicht in der Summe seiner Teile. Vielleicht muss er etwas weglassen. Vielleicht muss er etwas dazulernen. Am meisten ist es eigentlich so, man muss etwas weglassen eigentlich, ne? Ja, in der Regel muss man... So, dass man einfach sagt, so 100 Prozent, wie ich bin, kann ich das nicht schaffen. Ja. Vielleicht muss ich 50 Prozent von mir werden. Scheißegal, ne? Ja. So, vielleicht muss ich ab so was im Stegrein weglassen, ja? Nochmal 5 Prozent von mir weglassen und verdoppeln meinen Umsatz. Keine Ahnung, ne? Aber du musst auf jeden Fall etwas ändern an dem, was du bist. Und unser aktuelles Ich, unser, sag ich mal, unser Stolz, unser Ego, möchte das nicht. Ja. Wir möchten ja nichts ändern, weil wir sagen, ich war jetzt 30 Jahre, 20 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre so, wie ich bin. Und ich fühle mich eigentlich ganz gut und es geht eigentlich ganz gut, aber genau das hatte ich halt eben so heute geführt. Das sind also die Ergebnisse und erreichst deine Ziele nicht oder nur zaghaft oder halt nicht schnell genug oder halt gar nicht, weil, ja, du selbst bist, ne? Wenn du, wenn du hier gerade zuschaust und du bist unglücklich mit deiner finanziellen Situation, der du gerade bist als Unternehmer oder du machst viel Geld, aber du bist nur am Arbeiten, du machst wenig Umsatz, weißt nicht, wie du das skalieren kannst, du sagst, hey, ich habe keinen Bock, mich mit Online-Marketing zu beschäftigen und so weiter und so fort und das auszuprobieren. Ich will jemanden haben, der mir da hilft und so weiter und so fort. Wenn du unzufrieden bist mit der Art und Weise, wie gerade dein Leben verläuft, dann liegt es an dir selbst und an niemand anderem. Genau. Das ist komplett zu 100% deine eigene Verantwortung. Das Spannende, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, ist, es geht nicht darum, dass du dich veränderst zu etwas anderem, es geht einfach nur darum, die ganzen Probleme, die du in deinem Kopf hast, die Einwände, die du in deinem Kopf hast, die Sachen, die die Gesellschaft eingelullt hat, dein ganzes Leben lang, wegzulassen, wegzufiltern, zu minimieren, deine Botschaft einfacher zu machen, nicht zu komplex, simpler zu machen und fertig, weil du hast ja zum Beispiel keine hohen Preise abgerufen, weil du einfach gedacht hast, es geht nicht. Weil du meinst, weil in meinem Markt bezahlt das niemand, weil in meinem Markt Fortbildung und Vertriebsschulungen immer kostenlos sind. Weil das dir eingeredet wurde, 30 Jahre lang. Habe ich auch nie bezahlt. Hast du es auch nie selber gemacht, genau. Habe ich auch nie gemacht. Genau, aber in dem Moment, wo du es einfach machst, führst du es quasi ein und dann bist du quasi Revoluzier in deinem eigenen Markt, in der Coaching-Revolution. Das ist ja der Sinn von unserem Ding. Wir wollen ja in Märkte reingehen und diese Märkte über unsere Kunden revolutionieren. Deswegen machen wir das Ganze. Aber es geht wirklich darum, dass du Sachen von dir wegnimmst, die dich aufhalten. Also man ist immer noch, also ich kann es euch wirklich erzählen, ich bin nur noch nicht selbst. Ich bin genauso der gleiche Typ wie vor einem Jahr, nur anders. Vielleicht nur noch 90 Prozent von dem, was ich früher war. Vielleicht 95, vielleicht 98. Ja. Vollkommen schein egal. Ich bin aber nicht eine andere Person, weil viele Leute glauben, die haben diesen negativen Glaubenssatz, ich könnte ja, wenn ich wollte, aber ich möchte mich ja nicht verändern für etwas. Ich möchte ja so bleiben, wie ich bin. Ich möchte ja weiterhin Menschen helfen und es wäre ja blöd, wenn ich so ein gelgeiles noch wie baulig wäre, so mein Mindset war. Ja. Aber dann schrie ich uns doch einfach so eine Schutzbehauptung. Es ist einfach, man bremst sich aber selbst, weil man sagt, hey, ganz ehrlich, ich helfe jetzt viel mehr Menschen als früher. Ich verlange viel mehr Geld dafür, aber ich helfe auch viel mehr Menschen als früher. Ja. So, weil von den digitalen Kursen habe ich hunderte, hunderte verkauft, hunderte verkauft und kein einziger hat das umgesetzt, kein einziger. Das heißt, ich habe Geld verdient, war okay, aber ich habe von diesen hunderten Menschen niemandem wirklich geholfen. Das heißt, die haben mir wenig Geld gegeben, wenig investiert, aber die haben auch nichts zurückbekommen, unter dem Sprich. Ja. So, weil die haben schon mein Wissen zurückbekommen, aber die konnten das nicht anwenden. Ja, das Wissen, was man nicht umsetzt, ist halt nichts. Genau. So, und jetzt habe ich viel weniger Kunden, ja, und ich nehme denen viel mehr Geld ab, was ja im Kopf der Leute oft negativ behaftet ist. Ich nehme die Geld, ja, ich nehme die Geld, ich führe nur so einen Ausbeuter, ja, so. Hey, aber das Krasse ist, die kriegen ja viel mehr Geld zurück, ja. Das heißt, jedem, dem ich Geld wegnehme, ja, kriegt das zehnfach, hundertfach, zweihundertfach zurück, ja. Ein junger Kerl hat bei mir investiert, ja, hat sich wirklich geweigert, weil er hatte das gleiche Problem wie ich, er dachte schon, er ist geil. Ja. Und ich habe erklärt, dass es stimmt, aber er noch nicht so geil ist, wie er sein könnte. Und instant ist er von 5.000 bis 10.000 im Monat Umsatz, also mit einem Investment in vierstelliger Höhe ist er sofort auf 50.000 im Monat gesprungen. Krass. Und das ist aber noch nicht das Ende der Fadensteine, weil er keine Mitarbeiter hat. Ja. Er ist einfach, er hat sich selbst ausgebucht, ja, und er geht aber viel, viel mehr. So, das heißt 100.000, 200.000, 500.000 im Monat, was in unserem Markt Werte sind, die wirklich ein Promille von Promille erreicht vielleicht, ne. So, bei den großen Vertrieben, die haben vielleicht 10.000, 20.000, 30.000 Vertriebsmitarbeiter bei mir in der Branche, ja. So, das sind bekannte Namen, die jeder kennt, ja. Da gibt es immer so ein oder zwei oder drei Leute, die überhaupt wirklich hohe sechsstellige oder siebenstellige Provisionserlöse haben, ja, so. Und ich kann das klonen, ja. Ich bin der Einzige, der imstande ist, den Leuten das wirklich zu zeigen, wie die das hinbekommen, nach einem planbaren System, was wirklich funktioniert, ne. Und, ähm, das ist eben das Thema, ne, man muss so ein bisschen, äh, man muss dann immer einfach, äh, kurzfristig töten, um langfristig einfach besser zu werden und mehr Menschen zu helfen. Und ihm hätte ich ja auch nicht geholfen. Ich glaube, das war auch einer von denen, dem ich so einen Kurs geschenkt habe. Ich habe ihm einen Kurs geschenkt, halbes Jahr vorher, habe ich ihm nicht geholfen, ne. Ja, ich habe null geholfen. Das ist ja geil, also dieselbe Person, die selbe Person hatte das Wissenschurnal bisher vorher, aber kein Geld investiert, hat es nicht umgesetzt. Genau. Und dann musste er eben mir Geld geben, ja, also investieren. Und dann hat er halt in seinem ersten Monat sein Investment halt eben x-fach wieder zurückbekommen, ja, genauso wie ich bei euch, ne. Ja. Und ich habe mich auch gewehrt, bei dir zu kaufen, beziehungsweise bei Arten, ja, grüß an Arten. Weil, unterm Strich war mein Ego mir wirklich, ich habe einfach, ich habe einfach gesagt, ne, also, ich bin schon krass, möchten das nicht, komme auch ohne die zurecht, ja, was die erzählen, ist doch Bullshit, ja. Und dann eines Tages habe ich einfach entschieden, mein Ego einfach zu töten, einfach zu investieren und plötzlich geht doch etwas, wovon man dachte, dass es nie im Leben möglich wäre. Ja. Ja, und das sind dann die Punkte. Und dann, dann wächst du halt eben mit diesen Aufgaben, ne. Ich hatte vorher keine Mitarbeiter, musste ich Mitarbeiter einstellen. Bei Mitarbeitern ergeben sich wieder andere Probleme. Du musst diese Probleme lösen. Jetzt befördere ich die ersten Mitarbeiter und die Mitarbeiter von mir haben jetzt plötzlich nach ein paar Monaten selber Mitarbeiter. So, das ist halt ein geiler Prozess, ne. Das heißt, du hast dann auch viel weniger mit den ganzen Wiewischen zu tun, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wir hatten im Büro eine ganz einfach dumme Herausforderung, die ich früher selber gelöst hätte. Hey, wie geht denn einkaufen fürs Büro? So, Getränke, Seife, Klopapier, keine Ahnung, man. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, ein Mitarbeiter ist dafür zuständig und musste nie wieder mich damit beschäftigen. Ja. So. Und früher bin ich einfach selber hingefahren, irgendwo hin und hätte es eingekauft, wir in der Schlange gestanden, hätte es irgendwo hochgetragen, irgendwo hingetan. So. Jetzt muss ich nicht. Ja. Und wenn ich einen Mitarbeiter jetzt befördere, ja, der das gemacht hat, wird er wieder einen Mitarbeiter finden müssen, der es halt macht und ihn überwachen, ja. Ja. Hat dem nichts zu tun, das heißt, immer wenn ich an den Kühlschrank gehe, weiß ich, da ist ein geiles Wasser drin, ja. Mega geil. Und das ist nur ein kleiner Aspekt von vielen, ja. Ja. Das Geile ist, ich habe auch viel weniger zu tun wie früher, ne. Also der erste Monat, wo ich wirklich 100.000 selbst geclosed habe, das war Arbeit von früh bis spät und ich bin nach Hause gekommen und ich bin tot ins Bett gefallen. In der Früh bin ich aufgestanden und wie ein Zombie ins Büro marschiert, geclosed, geclosed, geclosed und wieder nach Hause, tot umgefallen, ja. So. Jetzt gehe ich ins Büro, was ich will und kriege ein SMS, hey, wir haben Umsatz gemacht. Geil. So, wir gehen mit dem ganzen Team Mittagessen, haben Spaß, dann mache ich irgendwann Feierabend. Je nachdem die Vitamine sind, sind meine Mitarbeiter noch im Büro oder schon weg. Ist mir vollkommen egal. Ja. Weil die Arbeit ist erledigt. Ja, genau so. Man hat einfach eine neue Freiheit, weil bei den meisten Leuten ist es so, ohne sie selbst funktionierte Business überhaupt 0,0. Das heißt, wenn die einen Monat in Urlaub fahren, dann haben die einen Monat kein Geld verdient. Ja. Oder ganz wenig Geld, weil irgendwelche Restaufträge vom letzten Monat überwiesen werden oder sonstiges. Aber es findet kein Neugeschäft, es findet kein neuer Umsatz statt. Das Unternehmen ist in dem Moment auf Stopp oder sogar auf absteigenden Kurs im Endeffekt. Ja. Wenn du ein Restaurant hast und du spielst einfach zu für einen Monat, ganz einfach, kein Umsatz. Ja, genau so ist es. Du bist dann in der Aufwärtsspirale immer oder du bist immer in der Abwärtsspirale. Aber du bist nie, ich halte das Status Quote. Das gibt es nicht, niemals. Entweder du gehst hoch oder du gehst runter, aber nie. Das bedeutet nicht, dass wenn du mal einen Monat, jetzt zum Beispiel, es ist keine Abwärtsspirale, wenn du in einem Monat im November 100, irgendwas 1000 Euro abschließt und im darauffolgenden Monat schließt du nur 80.000 Euro. Das ist noch lange keine Abwärtsspirale. Du hast es geschafft, zu wachsen ganz schnell, weil jetzt brichst du leicht wieder ein, um das jetzt zu festigen. Und das kostet Energie und Zeit, diese Struktur aufzubauen. Das ist die Differenz. Genau, neues Büro suchen. Das soll bei mir auch das sein. Ich hatte vorher ein 30 Quadratmeter. Es heißt nicht, wenn der Umsatz mal nicht immer weiter hoch geht, wie so eine Linie, die immer weiter steigt, dann ist das noch lange nicht ein Abwärtstrend. Der Trend ist immer über mehrere hinweg. Der muss immer nach oben gehen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ich habe es auch schon erlebt, dass Leute einmal viel Umsatz gemacht haben, dann haben sie weniger gemacht und dann machen sie sich halt selber dafür fertig. Das ist auch ein Investment, was du tätigst, wenn du zum Beispiel jetzt, wie du das machst, du hast einen Mitarbeiter, den hast du zum Closer ausgebildet. Wenn du jetzt einen Mitarbeiter hast, der kann nicht closen und du hast selber geclosed und du weißt, ich kann das gut, dann kostet dich das Geld, den Mitarbeiter die Telefonate führen zu lassen, weil du weißt, du könntest es besser als er. Aber wenn der das jetzt verballert, dann sind das potenziell so und so viele tausend Euro, die ich jetzt verliere, weil der das nicht hingekriegt hat und ich hätte es hingekriegt. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Heißt, du gibst Geld aus, um den auszubilden da drin. Du bezahlst Geld, Lehrgeld dafür, dass der irgendwann besser Closer ist oder besser wird im Closen. Das heißt noch lange nicht, dass der jemand so gut sein wird wie du, aber eventuell wird er sogar besser als du. Kann natürlich auch sein oder genauso gut wie du oder halt eben ein bisschen schlechter als du, aber am Ende des Tages bist du nicht mehr derjenige, der die Gespräche führt. Genau. Und das ist das, worauf es ankommt. Wenn du nämlich dann zu Hause sitzt oder in einem Restaurant sitzt mit jemandem am Sprechen bist und kriegst eine SMS, hey, Abschluss gemacht, das ist ein supergeiles Gefühl, weil das ist dann wirklich, ja, es ist magisch. Es ist weder passives Einkommen, es ist natürlich aktives Einkommen, weil das eine Firma macht, die du aufbaust und so weiter und so fort. Es ist nicht so, dass es einfach so passiert. Es ist ein System, was funktioniert. Es ist aber ein System, was funktioniert. Es ist eine Maschine mit ganz vielen Rädchen, die einfach perfekt funktioniert, wie eine Uhr einfach, wie eine Schweizer Uhr im Endeffekt, die einfach immer die richtige Zeit anzeigt. Ja. Und wenn was nicht stimmt, dann guckst du in das System rein und suchst die Stellen, wo das Problem sein könnte, warum das jetzt nicht weiterläuft. Das Schöne ist, du arbeitest jetzt zum Beispiel mit uns und da kommen auf jeden Fall Phasen, wo irgendwas nicht gut läuft, aber dann guckt man einfach einmal drauf und sagt, okay, wie sind da die Zahlen, wie sind da die Zahlen, wie sind da die Zahlen und so weiter und so fort. Und anhand von den Symptomen können wir ja sehen, wo das Problem liegt, weil wir haben das ja selber schon alles erlebt. Wir haben das ja schon gemacht. Genau. Und bei mir ist ja genauso das Gleiche, wenn ich, ich bin ja den meisten meiner Kunden auch umsatztechnisch und von Prozessen hier voraus, wie eben hier voraus, und denen kann ich dann genauso helfen, weil die Probleme und Herausforderungen, die sie haben, habe ich auch schon gemeistert, weil die meisten zum Beispiel in meinem Markt, die führen in der Woche vielleicht zwei bis fünf Abschlussgespräche und plötzlich hast du zwei bis fünf Abschlussgespräche durch unser Marketing am Tag, so. Und das ist halt für viele natürlich ungewohnt und die müssen halt irgendwas umstellen, damit es auch funktioniert im Endeffekt von der Arbeitsweise. Und bei uns ist ja genau das Gleiche. Früher haben wir, keine Ahnung, ein, zwei, drei Kunden am Tag gehabt, jetzt irgendwie zehn. Okay, wie kriegt man das geregelt? Welche Prozesse muss man dafür schaffen? Wie viele Leute brauche ich vorne? Wie viele Leute brauche ich in der Mitte? Wie viele Leute brauche ich hinten, um dazu abzuarbeiten? Und da war halt auch ein wichtiger Mindset-Shift für mich, weil ich war früher auch immer so ein Perfektionist, weil ich im Endeffekt immer die Sachen, die ich gemacht habe, mega gut gemacht habe. Ja, also das heißt, egal, ob ich Kunden beraten habe oder wenn ich, wenn ich irgendwas, zum Beispiel früher ganz dumm, habe ich die ganze Technik selbst gemacht. Ja, also meine Homepage, meine Landingpage, meine Anzeigen ab und zu selber geschaltet, mein Instagram-Profil. Ich habe mit den Leuten selber gechattet, ich habe Schäden bearbeitet, ich habe die beraten, also richtig dumm einfach. Ja, richtig dumm, aber alles sehr, sehr gut auf einem sehr, sehr hohen Level, weil es mir mega wichtig war und dadurch habe ich mich blockiert. Ja, weil du hast ja nur, keine Ahnung, zehn, zwölf Stunden am Tag, wo du arbeiten kannst. Ja, die habe ich mir komplett mit irgendwelchen Sachen vollgeblockt, die eigentlich mit Geld verdienen, mit dem Umsatz, mit dem Unternehmenswachstum nichts zu tun hatten. Und deswegen fiel es mir auch schwer, wie vielen Leuten halt auch, wie viele meiner Coaching-Teilnehmer ja auch, einfach mal loszulassen, weil am Anfang macht das einem Angst natürlich, weil man immer noch etwas sehr gut kann. Ja. So, und dann loslassen und sagen, mach du das, weil am Anfang bauen natürlich die Mitarbeiter nur Scheiße. So, und man ärgert sich jedes Mal, den hätte ich abschließen können. Hey, das hätte ich besser machen können. Hey, da hättest du das oder jenes einwenden oder sagen können, das hättest du ihnen bekommen. Ja. So, und jedes Mal ärgert man sich. Und viele, viele packen das einfach nicht, stellen Mitarbeiter wieder aus, machen wieder alles selber, weil die einfach im Kopf nicht dahin kommen, dass sie sagen, 80% Perfektion ist immer noch besser wie 0%, weil du keine Zeit hast, es zu tun. Ja, wenn du keine Zeit hast, die Kunden zu beraten, dann wird kein Kunde beraten. Wenn aber die Kunden zu 80% perfekt beraten werden, ist es immer noch besser wie 0% von Daten. Ja, und die letzten 20% kommen eh bei dir an. Ganz genau. Das ist halt das, was auch keiner realisiert. Wenn du dann irgendwann mal wirklich Probleme hast, sei es das beim Kunden, der dann irgendwie nicht weiterkommt, dann werden auch deine Mitarbeiter irgendwann sagen, okay, jetzt bin ich jetzt überfordert, dann kommen sie halt zu dir an. Dann kommt das Wichtigste bei dir an. Genauso ist es wie mit Nachrichten. Wenn du keine Nachrichten guckst, kriegst du die wichtigsten Infos trotzdem von irgendwem erzählt. Genau. Und man kann ja Prozesse bauen, damit die 80% von Anfang plötzlich 100, 120, 150% sind von dem, was du selber schaffen könntest. Weil du bessere Prozesse hast. Ja, also es kommt auch mit der Zeit, es wird auch, es kommt aus der Zeitpunkt, wo deine Mitarbeiter, das ist halt am Anfang so, dass du das Gefühl hast, okay, die machen das nicht so gut wie ich, die können das besser machen. Aber irgendwann kommt der Moment, wo du so viel machst, wo dann Sachen in der Firma gemacht werden, weil du stellst erst nach Bedarf ein und dann später nach Vision. Ja. Ja, erst stellst du Leute ein, weil du irgendwen brauchst, der jetzt die Rechnung rausschickt, dann soll der das machen, hättest du besser hingekriegt vielleicht an der Stelle und so weiter und so fort. Ärgerst dich dann drüber. Aber später, dann sagst du, hey, ich will jetzt was Neues starten, ich will jetzt dieses neue Projekt starten, ich brauche jemanden, keine Ahnung, ich will jetzt Events machen, ich stelle jetzt einen Eventmanager ein. Genau. Und dann macht der Eventmanager das und das ist nach Vision eingestellt. Und der kann das jetzt, der kann eine Sache, die du selber nie gemacht hast. Klar. Eventuell. Du hast selber nie gemacht, selber nie ein Event organisiert, natürlich kann der das besser als du. Natürlich. Und dann hast du auf einmal die Mitarbeiter, die viel geiler Sachen können in bestimmten Teilbereichen, als du, dass der jetzt jemand könnte. Die echte Wahrheit ist ja die, man könnte alles besser, man macht es aber nicht, weil man keine Zeit hat. Ja, genau. So, man könnte alles, also wie gesagt, ich könnte alles besser. So, aber ich kann ja meine Zeit nicht klonen. Ich kann ja meine 10, 12 Stunden am Tag, die ich arbeite, kann ich ja nicht verzehnfachen. Ja. So. Und dadurch hat man halt mega geile, viele Ideen, die man aber nicht umsetzt. Und das ist ja wieder schade. Ja. Weil eine umgesetzte Idee ist ja viel, viel geiler, wie 100 Ideen, die man eben nicht umsetzt. Ja. Und es hat auch viel mehr Impact auf die Leute, weil durch mehr Umsetzungsgeschwindigkeit, mehr Umsetzungen, kriegst du ja auch wieder mehr Kontakt zu mehr Kunden. Ja. Und kannst mehr Menschen helfen. Ja. Also ich glaube zwar nicht, dass ich alles besser könnte, als das, was die Mitarbeiter machen. Stimmt. Und du hast teilweise halt so richtige Spezialisten für eine Sache. Genau. Wo du selber gar keine Ahnung von hast. Mit der Zeit halt eben. Ja. Mit der Zeit kannst du natürlich immer, auf die Ewigkeit gerechnet, kannst du immer sagen, dass du alles besser hinkriegst, als jemand anders. Ja. Aber es macht halt immer gar keinen Sinn, wie du sagst. Es macht einfach wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Also. Vor allem, wenn man ein Unternehmer ist, also wirklich Unternehmer und sich mal wirklich hochrechnen, was man wirklich pro Stunde Unternehmerlohn hat. Ja. Macht das absolut gar keinen Sinn, zum Beispiel einkaufen zu gehen. Ja. Es macht gar keinen Sinn, zum Beispiel Rechnungen selbst zu schreiben, Buchhaltung zu machen. Ja. Es macht gar keinen Sinn, zum Beispiel auch irgendwann mal einfach irgendwas lapidar einfach mit Leuten zu telefonieren. Man kriegt ja dann von anderen so teilweise gesagt, ja hier, was ist das für ein Typ, der will nicht mal selber einkaufen gehen, so weißt du. Ja. Will dann jemand anderen schicken. Aber am Ende des Tages kannst du eigentlich als Gegenantwort stellen, ja guck mal, mein Stundenlohn sind x tausend Euro die Stunde. Ja. Würdest du mir jetzt x tausend Euro geben, damit ich jetzt einkaufen gehe? Also stattdessen quasi, also das würde ja auch, würde ja auch niemand sagen, nee, der macht keinen Sinn. Aber es ist halt so, dass der Unternehmer selber weiß das, aber die anderen Leute, die so davon so raus und drauf schauen, verstehen das. Du kannst mit normalen Menschen darüber nicht reden, ne? Du kannst mit normalen Menschen darüber nicht reden, weil sie sagen, ja, der ist irgendwie abgehoben. Aber es ist einfach effizient, ne? Es ist einfach richtig. Ja. Also, sehr, sehr geile Gespräche. Wie kann man dich finden, Wladimir, wenn man jetzt, wenn du jetzt ein Finanzdienstleister bist und du möchtest in irgendeiner Art und Weise dein Marketing verbessern, du möchtest mehr Abschlüsse machen, ja, ist der Wladimir auf jeden Fall der Go-To-Man für dieses Thema. Wie findet man dich? Geht einfach auf Facebook und sucht mich unter Wladimir Simonov, unter digitalmacht, und Instagram wie Simonov oder auf www.digitalmacht.de. Und so wie der Name ist, so sind wir auch. Wir sind digital und mächtig. Sehr geil. Und wenn du Coach, Berater, Trainer bist, Dienstleister wie Wladimir in irgendeiner Art und Weise ein Coaching-Angebot hast oder was es sich in der Agentur leitet, in irgendeiner Art und Weise eine Dienstleistung anbietest und du möchtest auch dein Geschäft auf sechsstellige Monatsumsätze skalieren und das mit jemandem, der das schon, ja, dutzende Male gemacht hat in den letzten sechs Monaten mit seinen Kundinnen und Kunden, dann geh auf www.andreasbaulig.de, tag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch und wir gucken, wie wir dir weiterhelfen können. Wenn du jetzt nicht direkt sechsstellige Monatsumsätze haben willst, dann erst mal mit fünfstelligen starten möchtest, kannst du dich natürlich auch bewerben, ja, das ist überhaupt kein Problem, da haben wir hunderte, hunderte Menschen hingebracht in den letzten Monaten. Und wenn du uns nicht glaubst, dann guck dir einfach unsere Bewertungen an, ansonsten sehen wir uns in einem nächsten Video, mach's gut, ciao, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tötet dein Ego.